Ja Leute, Doppelpiece, hier ist wieder Tanzverbot. Ihr habt es schon gesehen, der Start des Let's Play Channel fängt jetzt... Mir fällt das Wort nicht ein. Beginnt jetzt wieder, ich habe ja bereits auf meinem Gaming Channel, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, schon 38.000 Abonnenten. Das ist jetzt nochmal ein Promo-Video für meinen Gaming Channel, denn meine Internetleitung ist da mit 39 bis 40 MBit Upload. Das ist mega nice, das bedeutet, ich habe vorhin mal einen Test gemacht, 2,6 GB laden in 10 Minuten hoch. Ich werde auch nochmal ein Video auf dem Gaming Channel gleich machen, wo ich dann aufnehmen werde mit Open Broadcaster, wie lange es dauert, dieses Video hier hochzuladen. Ihr seht, ich habe meine bessere Kamera hierfür benutzt. Erstmal gucken, ob im Browser-Verlauf irgendwelche Pornos sind, das muss nicht auf YouTube sein. Hier, das sind gerade meine... So, das sind gerade, wie nennt man diese, was benutzen immer diese ganzen Profi-Streamer und sowas, diese Boxen mit Licht. Mir fällt der Name gerade nicht ein, ist ja auch egal. Ich zeige euch mal kurz mein Schätzchen, habe ich mir gleich heute gekauft, wo das Internet da war. Ihr glaubt nicht, es war ein so unglaublich guter Moment. Es war so ein unglaublich guter Moment, wo der Telekom-Mitarbeiter mir das Gerät gezeigt hat, und gezeigt hat, dass einfach alles ankommt, was ich mir bestellt habe. Oh mein Gott, mein Gott ist das geile Internet. Und hier ist das Schätzchen. Ich liebe dich. Alter, Doppel-Piece auf jeden Fall an die Fritzbox 74,90. 180 Euro leider gekostet, ist egal. Brauche ich eh Softboxen, genau. Softboxen war das gewesen. Das sind meine Softboxen, und wenn ich genau hier in der Mitte stehe, sitze, dann funktioniert das sogar. Ihr seht, es ist einfach beautiful. So, ich wollte es euch einfach nur nochmal sagen, abonniert meinen Gaming-Channel, denn ab jetzt kommen 25 Videos am Tag. 25 Videos am Tag, ja. Nein. Jetzt geht es richtig los. Ich habe mich ja schon ein bisschen fett gefressen, ihr seht es. Ich werde jetzt hier auch aufräumen bald. Und dann geht es richtig ab, Alter. Dann geht es verdammt nochmal richtig ab, und ich freue mich so. Und ich werde euch nochmal ganz kurz was zeigen, weil ich jetzt keine Upload-Probleme mehr habe. Ich habe mir hier so Tastatur und Maus geholt. Ich zeige euch nur die Maus. Keine Ahnung, 20 Euro oder sowas. Ich wollte so richtig chillig, so Funktastatur. Wo ist überhaupt dieses Ding dafür? Wo ist denn dieser scheiß Funkstecker? Ist egal. Ich habe mir ein 5 Meter DMI-Kabel geholt, damit ich das in mein Fernseher machen kann. Und dann kann ich einfach von dort hinten, wenn es dann mal richtig aufgeräumt ist, momentan kann ich nur eine Seite benutzen. Ich kriege keine Luft mehr. Dann werde ich halt immer so richtig schön chillig, wenn ich mal keinen Bock habe aufzustehen. Von meinem Bett aus irgendwas hier drauf machen. Größe ist auch in Ordnung. Sieht man genug. Und ja, werde ich mal jetzt hier hinpacken. Geil, Alter, Leute. Jetzt beginnt eine neue Ära. 40 Ambit Upload. Ich kann mir die ganzen Lappen auf YouTube wieder angucken. Und jetzt wird auseinandergenommen. Ich werde das Video jetzt hochladen, werde es dabei filmen, wie lange es braucht. Und dann sehen wir uns bald auf dem Gaming-Channel. Heute kommt das erste Gaming-Video auf meinem fucking Gaming-Channel, wenn nichts daneben läuft. Alles klar. Ich liebe euch über alles. Ja. Tschüss.